Und herzlich willkommen zu Dragon Ball Universe Part Nr. 12 mit Raumschiffschleich mit Ginyu. Auf da! Oh nein! Servus! Wie ich doch voll die weibliche Stimme habe als Genie, das ist ja, warum riecht ich eigentlich nicht? Genau. Sonst haben die alle, ich bin ein Kerl, ich bin Weile. Mann, die Schwimmbote. Was sind das für komische Nebenthaler, ne? Und wo ist VG da? Na, aber, wie viele sind das denn hier? Schicken die das ganze Genie, äh. Der wäschert aber noch. What the fuck, damn. Milchkanone. 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 Kampose. Ich bin als Genie-Commando, warum riecht ich mich eigentlich an? Da gibt es ja noch die Cooler Force. Ist ja auch, die sehen wir auch. Vorher war ich nicht so ein Tankball-Regener 2. Die ist ja noch ein Tankball-Regener 2. Donner. So richtig. Das ist doch etwas. Ich bin als Genie-Brüller. Du kannst nicht so ein Tankball-Regener 2. Das ist doch nicht wichtig. Ich bin als Genie-Regener 2. Das ist Raspone gewesen. Das hört es nicht einfach. Gibt es eigentlich keine weiblichen Soldaten bei Krieger, äh, bei Krieger, bei Frieza? Das ist irgendwie komisch. Die Alien pflanzen sich stimmt mit Eiern fort, wie die Aliens aus, äh, Aliens halt, so. Kurz oder so, sie legen Eier, ja. Deswegen haben wir auch Frasers Mutter nie gesehen. Was, aber was hat denn das? Was, aber was hat denn das, Mann? Ich frage mich auf Frieza, wenn du den, äh, als Charakter spielst, hättest du auch verworben können, aber in die anderen Characters, Menschen, wie verworben sie sich Menschen denn eigentlich? Was ist es, ne? In die anderen weißen Augen? Wofür sind denn hier? Was ist es, wenn du den, äh, als Charakter spielst, nie? Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Ich will dich bestrafen. Nein. Wann ist dein Bruder so stark? Ich kümmere mich erstmal um den hier. Da haben wir wenigstens in Ruhe. Komische Sniper nur hier. Ich will meinen alten Kapp an. Ja, Mann. Ist ja total banal hier. Komm, alle drei auf Guldo. Ähm, was war das jetzt? Verdammt. Oh, Raspberry. Du schau sie aus. Ja, Herr. Hey, Guldo. Geh weg! Aber wir müssen die Drabi-Bolle erst sammeln. Das ist richtig. Lass uns das erst abnehmen. Ich will meinen Körper wieder haben. Danke. Hör auf. Ich kann nicht mit diesem Körper laden. Oh, das ist so komisch. Und das ist ein neuer Typ. Oh, das ist so komisch. Hey, 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 hey. Ich bin so böse, Mann. Apolle da. Apolle! Kamalole! Kamalole! Oh, ein Lebenspunkt, ne? Treffer! Ich hab ja fünf Treffer drauf gemacht. Ich weiß noch mal wie. Oder der Gohan hat fünf Treffer drauf gemacht. Das kann auch sein. Das kann auch sein. Wie müssen wir denn besiegen hier? Hat mir immer viel Energie. Und die Schläge sind so massiv wie meine Hörponexon. Das ist unglaublich, Mann. Was war es? Warum? Wie ist es? Was waren es? Wiesene, was war es? Was war das? Wiesene, was war es? Es ist ein Verzweiziger. Was war nicht so? Wir haben immer gesagt, ob es war nicht so schlimm. Ha ha! Was war nicht so schlimm? Ist wie ein Lieber? Wie war es? Wo ist denn Gohan hin? Sind auch bald gelackt die beiden. Ich weiß noch, wie wir das machen wollen. Hör den Sachs mir. Europa könnte mehr gehen, das ist die Scheiße. Alles könnte so einfach sein, aber nein. Alter. Der Körper hält einfach nichts aus, Mann. Was? Ja, wie soll ich denn Gohan umverteidigen? Das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz, jetzt fängt er bestimmt von ganz neu an, ne? Ey, das ist... Ja, fängt von ganz neu an. Besiege 20 Gegner. Warte, du bist... Warum bist du hier? Hör auf, was ist mit Goku? Krillin, warte, er ist... er ist anders. Er ist anders. Er ist der Typ, den wir vorhin kämpfen hatten. Hä? W-W-Was ist passiert? Ich meine 20 ist schon hart hier. Besonders mit dem Körper. Nummer eins. Nummer zwei. Ich muss doch schneller gehen. Nummer drei. Oder Nummer vier, ich weiß nicht. Oder Nummer drei. Nummer fünf. Nummer vier. Nummer vier. Nummer vier. Nummer sechs. Nummer vier. Ah, ich treffe da nicht richtig. Warum kann dein Gohan immer gegen zwei? Verstehe es nicht. So, den haben wir gleich auch. Nochmal sieben. Hey, Kapitän, was sollst du hier machen? Bitte nicht sagen, dass der Kapitän aus dem Dragon Ball wurde stolen. Der Kapitän wird mich verletzen. Oh! Ich werde mich nicht verletzen. Ich werde mich nicht verletzen. Jürich, hast du das Gefühl? Niemand kommt hierher. Hey, es sind zwei Macht. Ist einer von ihnen Goku? Ich bin sicher davon. Aber der andere ist ... Ich bin jetzt. Du bist nicht der Kapitän. Ich bin nicht auf der Boden. Komm, bringen wir ihn weg. So ist auf die Machen, der Goldo. Das ist der Goldo. Tschüss, Goldo. Das Gohan ja. Sorry, dass ich ein bisschen weniger rede, aber der Kampf geht mir irgendwie voll auf die Müsse. Auf die Müsse, Baby. Nein. Ja. War besser. Das ist ein bisschen schwerer. War besser. War besser. Du kannst dich nicht mehr als ich sozusagen heiße. Dann war ich ein paar Emotionen. War besser. War besser. Der wirklich? Komm herh, Hones her! Warum konnte ich jetzt nicht mehr die Scheißen abspielen, das ist ja doof. Scheiße, die beiden mit dem Schwester, Mann. Das kann doch nichts mehr machen, Mann. Der Rasperi. Raspberry Komm schon, Mann bohren halt durch kommt schon was schaffen wir hier nein 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 ja ich hab meine Kappel da ja ich hab meine Kappel ja ich hab meine Kappel Oh leh, mein Schirm. Oh, es kommt noch viel Neues. Naja. Da nehmen wir unseren Charakter Gurko und Rikkon. Mein Geh, mein Geh, mein Geh, mein Geh, mein Geh. Hey, gib ein bisschen für mich. Okay. Soll ich dreimal sammeln? Einer ist angeblich hier. Hier. Ist die Zeitmaschine da hinten oder was? Alter. Und da hab ich den Dragon Ball verloren, man. Krieg sind nicht nur von stupiden Powerleveln. Oh, wirklich? Lass mich diese Theorie testen. So, komm, komm, komm. Der Dragon Ball ist gesetzt. Bitte, bitte. Alle restlichen Dragon Balls. Okay. Dragon Ball, Dragon Ball. Ich sehe hier keinen verfluchten Dragon Ball. Ich sehe hier wirklich nicht. Du bist ziemlich gut. Das war ein verdammter Bewegung. Tau oder was? Nee. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Hier? Nee, weiter. Da ist Robert. Ich sehe hier keine Dragon Ball. Wir sollen hier ein Dragon Ball sein. Ich glaube, mein Radar ist kaputt. Ich glaube, mein Radar ist kaputt. Mein Radar ist, glaube ich, kaputt. Mein Radar ist, glaube ich, kaputt. Was willst du, hä? Bro. Was ist gonna? Ich habe eine chance gegen einer Foxy. Was ist denn Cap? Wie macht die Dragon Ball nicht? Das war in der Rambo. Siegt ihn doch einmal, ja. Ich könnte ihm auch helfen, den 3-Ball zu holen. Du bist nicht schlecht. Was soll das sein, das scheiß Ding? Was ist wirklich so schnell? Wir wollen nicht sein. Wir können nicht sein. Da sind 3-Balls. Wer hat die? Der sagt. Der sagt. Der sagt. Der sagt. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Was ist das? Wer bist du? Bist du mit, Vegeta? Bist du mit, Vegeta? Der hat den Dragon Ball, ne? Und das? Wow, du bist wirklich stark! Oh Gott! Oh Gott! Okay, schnau schnau schnau! Nein! So lange geh ich? Hier seid! Irgendwo! Genau hier! Schnell weg! Schnell, 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 schnell! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Regenball, Cineverse, Universe! Bis zum nächsten Mal! Ciao, ciao! Ich bin jetzt mal hier! Ich bin jetzt mal hier! Ich bin jetzt mal hier!